Und damit Hallöchen! Herzlich willkommen zurück zu der anderen Runde Uncharted Nummer 2 hier mit Nathan Drake. Wir haben gestern hier so ein bisschen gefehlt, als wir diesen kleinen Laster da demoliert haben. Hat uns ziemlich alles an Munition gekostet, was wir noch hatten, aber wir haben es überlebt nach dem 17. Anlauf. Und jetzt sind wir mitten in Nepal, auf den Spuren von Far Cry 4. Hm. Na, ist ja super. Mhm. Ich glaube, ich muss ja gar nicht viel machen hier. Die erledigen sich alle schon von alleine. Genosse Putin hat nämlich ein paar Guerillakämpfer hier anvisiert, mit der so sieensweise angeworben. Na komm. Warum kriege ich da keinen Kopfschuss hin bei denen? Oh Gott. Brauch mal gerade ein bisschen Farbe im Gesicht. Weiter. Ich brauche gerade fragen, wie viel... Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Ja. Der hat aber eine fette Schutzweste gehabt. Die hätte ich auch gerne. So, okay. Hat du... Du hast noch ein bisschen was? Genau, du hast noch ein bisschen was. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Gut. Damit haben wir schon mal die AK wieder halbwegs voll. Aber ich glaube, hier meine Lieblingswaffe ist noch nicht so bestückt. Ohne Granate nehme ich mit. Wie die zu benutzen ist, das wissen wir schon. Okay. So wie es hier aussieht, ist das dann definitiv vom Bürgerkrieg... Entschuldigung. Ich vergesse es mit Sicherheit rauszuschnippeln. Ähm. Vom Bürgerkrieg. Gezeichnet. Die FAL. Die sieht aber besser aus. Und ich würde am liebsten ja mit dem Rotpunkt-Visier da vorne zielen. Aber naja. Äh, ja. Okay, da sollte ich glaube ich nicht lang. Kann man vielleicht nach da oben? Ich müsste irgendwie gucken, dass ich auf den Bus oder über den Bus komme. Kann man vielleicht hier hoch? Ah ja, das sieht dann ganz gut aus. Ah ja, hier hoch. Boah, an den Stromleitungen. Na, schnell rüber hier. Die Ziegel stehen extra schon für mich hier da. So direkt davor. Oder? Drücken sie X, um sich über die Mauer zu schwingen. Das weiß ich doch alles. Warum kommen die ganzen Tutorials jetzt nochmal? Oh Gott. Okay. Toll. Zwischen Bauruinen hüpfen wir jetzt also um mich her. Oh Gott. Oh Gott. Toll eingeparkt. In der Tat. Aber wie kommen wir da hoch? Hier. Nope. Ah, hier. Okay. Ich wollte jetzt da oben eigentlich ran. Das sieht mir zumindest anders so aus. Ach so, nee. Das sieht wirklich nur so aus. Okay, wenn ich da bin. Ach, da oben komme ich raus. Nee. Komme ich nicht. Da komme ich vielleicht. Wie komme ich jetzt hier raus? Hätte ich vielleicht doch nicht hier runterhüpfen dürfen? Klettern sie auf das Regal. Ja, und dann? Ach, ich kann... Gut. Okay. Hat ein bisschen gedauert. So. Was denn jetzt? What the fuck? So viel zum Thema. Ich würde lieben gerne... Oh, hier vorne ist ja einer. Ich würde lieben gerne mit dem Rotpunkt, wie sie arbeiten. Reicht hier ein Schuss? Ich liebe die FHL jetzt schon. Oh, geil. Und die tragen die alle. Oh, sehr schön. Alles klar. I like, I like, I like. Okay. So, wir müssen... Telefon, Internet, Communication. Ah, komm schon. Ach so, hier González. Okay, also wir hangeln uns hier lieber durch die Häuser. Nehme ich... Ne, die Bess nehme ich nicht mit. Das war die Sully-Wumme, aber... Zu wenig Schuss. Oh Gott. Richtig. Aus die Maus. Aus die Maus. Aus die Maus. Verdammt! Oh Gott. Na komm. Läuft! Und hat direkt seine Waffe runterfallen lassen. Das finde ich ja super von ihm. Ach, da ist ja noch einer. Tschau, Digga. Ja, die FHL ist schon ein... Ups. Geschoss nach meinem Geschmack. Hm. Grübel gerade, wie waren das bei denen mit dem Schild? Oh Gott. Oh Gott. Nein, die will ich nicht. Habe ich noch Schuss? Habe ich noch Schuss? Ein bisschen. Okay, er fällt. Oh, wie viele kommen da noch? Wie geil ist das denn? Ernsthaft? Ah, okay, man kann das Schild nur nehmen, aber nicht... Okay. So, wo ist er? Da hinten. Na komm. Wo bist du? Du Dreck-Sack. Herzlichen Glückwunsch. Nein! Um Gottes Willen. Oh nein. Oh Gott. Wir gehen jetzt mal wieder hier, weil es hier war... Fuck, ich hab die falsche Waffe genommen. Das gibt's ja jetzt nicht. Fuck! Sehr gut. Fuck. Wer war das denn? Chloe. Weil du ihn so geil findest. Ja. Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Ja, hallo? Und das ist also der Schlüssel? Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah! Ich hab keinen blassen Schimmer. Leider. Aber ohne das Ding kommt Lazariewicz nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh da rauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist, ähm, eine gute Idee. Na dann komm. Ja. Ja, schön. Schön. Lass mich vorher die Muni einsammeln, bitte. Danke. Gott sei Dank. So, die Moss will ich nicht. Hier wollte ich nochmal gucken, weil hier lag da mehr als genug rum. Die AK, die nehme ich nicht mit. Die nehme ich nicht mit. Oh Gott. Sagt mir bitte jetzt nicht, dass es hier... Äh, 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 ja. Okay, gut. FAL Munition mehr gibt. Wie viel haben wir denn? 91. Das sieht schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Wir können vier Granaten mitnehmen. Im ersten Teil waren es noch zwei. Drei. Sehr gut. Hier noch ein bisschen mehr Muni. Hier ist eine AK, die will ich nicht, aber die... Granate nehme ich mit. Das bringt nichts. Sie ist verschlossen. Hm? Warte hier. Ich suche einen anderen Weg. Ich, äh, puh. Ich finde einen anderen Weg. Vielleicht komme ich damit hoch. Ah, ja. Gut. Hier ist noch eine MP. Das brauchen wir nicht. Gab es hier vielleicht noch? Ja, sehr gut. Nehme ich... So, damit hätten wir 126. Das ist ja wohl mehr als genug. Das ist immer gut gerüstet. Warte mal, die... Das gehen wir jetzt hier noch hoch. Ja. Nein, hoch sollst du. Nein! Genau. Du Trottelkind, ins Feuer springen. Ja. Und hepp. Na, bitte. Dann, äh... Da. Ne. Hier. Ne. Also doch, hier rüber an die Klimaanlage. Ich frage mich... Hier, oder? Ne. Doch, hier rum. Tatsache. Hm. Okay. So. Schön. Das ist fantastisch. Ach, da drüben können wir so langhangeln. Und hepp. Oh, nein! Bist du wo verrückt? Ich wollte eigentlich hier hochhüpfen. So. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das wäre geschafft, auf dem Balkon. Und da rüber. Ne. Wo komme ich hier in Deckung? Nein, 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 nein. Alter, renn noch mal nicht so schnell, du Dreck-Sack. Ha. Na, ist ja klar. Oh Gott. Ah. Ich habe mich schon wieder tot sehen. Also das mit den, äh... Na, komm vorbei. Oh, Leute, äh... Oh, Leute, äh... Ich krieg den schon. Oh, ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ah, siehste, da fällt er. Wow, sechs Schuss haben wir noch. Ui, ui, ui. Ist ja der Hit. So, Chloe, wir holen dich gleich raus. Ich will nur ganz kurz... Wo zur Hölle... Ist ja nicht zu fassen hier. Ja. Lockerbleiben, Schnecke. Geht gleich los. Ich wollte nur hier unten... Ach, das ist eine MP. Ne, Einsatzschild will ich nicht. Ja doch. Oder? Ne, das ist die andere, die will ich auch nicht. Okay. Wunderbar. Das machen wir lieber so. Zurück. Bisschen spät gesagt, aber... Gut, passt. Oh. Ja, ist fantastisch, ne? Hab ich denn... Ah, ich hab schon vier... Grenades. Deswegen, ich hab grad so ein bisschen geguckt und gegrübelt. Aber gut. Wir sind auf dem Weg ins Hotel. Ja? Nicht, weil wir mit ihr Hompa-Hompa und so. Nein, nein, weil wir da oben den besten Aussichtspunkt über die City haben, um halt eine... Also, um den entsprechenden Tempel zu finden. Ja, du schaffst das schon, ne? Jedenfalls, ich danke fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir morgen wieder mit dabei sind, wenn's heißt Let's Play Nathan Drake. Und vor allem Uncharted Nummer 2. Bis dahin. Tschüss. Und bis dann.